Der Alltag ist schnell geworden. Immer weniger Menschen können sich die Zeit nehmen, sich um die Nöte und Sorgen ihrer Mitmenschen zu kümmern. Die Caritas hilft. Wir unterstützen und beraten jährlich viele Menschen im Bistum Limburg. Fachverbände, deren Fachleute, Mitglieder und Ehrenamtliche sind da, wenn sie gebraucht werden, damit sich ihre Talente entfalten können. Wir erkennen die Not und handeln. Wir hören ihnen zu, zeigen Wege aus scheinbar ausweglosen Situationen und finden gemeinsam Lösungen. Damit Menschen am Rande unserer Gesellschaft zu ihren Rechten kommen. Damit Sucht, psychische Probleme und Wohnungslosigkeit nicht die Kontrolle über ihr Leben gewinnen. Wir helfen ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Damit alle in Würde alt werden können. Bei uns erleben sie Geborgenheit, Gemeinschaft, aber auch einen würdigen Abschied. Die Caritas macht sich stark für eine gerechte Welt. Unterstützen sie uns dabei. Vielen Dank.